Sie sind hier, 6. Oktober 2018, 14.08 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Schiedsrichter Kevin Frend musste den geworfenen Dildo selbst entsorgen, Urheberrecht, Imago in der Premier League kommt ein Dildo geflogen, und das nicht zum ersten Mal. Von Schweinekopf bis Sexspielzeug, Sport1 zeigt die kuriosesten Wurfgeschosse. Ein Dildo-Wurf hat beim Premier League-Spiel zwischen Breiten. Kurz vor Spielende war das Sexspielzeug von einem Zuschauer auf den Rasen gefeuert worden. Schiedsrichter Kevin Frend machte den Zwischenfall zur Chefsache und entsorgte das Gummigeschoss persönlich neben dem Tor. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Dildo auf den Rasen fliegt. Von Schweinekopf bis Fisch, Sport1 zeigt die kuriosesten Wurfgeschosse. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr 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 sine Mehr Mal Untertitelung des ZDF, 2020